Guten Abend meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu meinen neuen EXC Games, also bezüglich zu einem Replay EXC Game. Wir spielen wieder das neueste Version von der Big Bossert EXC. Eigentlich ist es ein Replay Video zu diesem Spiel, deshalb habe ich mir beschlossen, dass ich dieses Spiel noch einmal spiele, als Replay in der besseren HD-Qualität auf 25 FPS und so. Jetzt geht's los. Let's go. Mal sehen, was wir dieses Mal haben. Okay, es sieht ja fast aus wie ein Super Mario Bros. Spiel. Okay, dann schauen wir es mal an hier. Welches ist Sprinten? Warte mal, welches ist der Sprint-Taste? Oh, ist das laut. Oh, ist das laut. Welches ist der Sprint-Taste? Wir haben ihn hier runter. Nope. Ich war dann beim letzten, äh bei der äh äh bei der alte Version von denen wir spielen, dann wird die SHIFT-Taste komplett genau. Ich weiß nicht, was da alles vorgefallen ist. Aber das wissen wir nicht mehr. Ja, es ist die Sprint-Taste auf der Steuerung. Die Steuerungstaste. Mal sehen. What the? Oh my god. What the fuck? What the heck? Okay. Jetzt kann ich nicht Sprinten. Der Sprint halt auch nicht. But. What the heck is this? Okay. Ja. So ist dieses Super Mario Bros. Ähm. This is a report of Sony Dixie. You want it. You want? This is a cave. God. Uh oh. Mario? Mario? Don't look at that. Oh god. Oh my god. What the heck is this? Hello Mario. Hmm. I want this. I want this not good idea. You really think that you can't escape from the place? Oh my god. Oh my god. Oh god. Oh my god. Oh, I hate this One-Race Function. Ey, that's what I'm so nervous about. The One-Race Function. The One-Race Function can I really forget. I just sprint from the place. I sprint from the place. I just sprint from the place. Oh my god. Oh my god. Oh my god. This is echt sooo dumb. What the? Eeeetch? Oh no. Jetzt kommt's. Oh. Don't do it. Don't do it Bowser. Don't do it. Don't do it. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ich war traurig geworden. Was? Do you deny and attack our left here live and clean and like you? Now you are next. Oh my god, eh? What the heck is this? Oh my god. Endlich sind wir angekommen. Eigentlich sind wir angekommen. Eigentlich sind wir angekommen in dieses... Inkmaschine? Was ist das? Hä? Oh my god. Oh my god. Ja, ich weiß auch nicht was da los ist, too. It's me! Oh my god. Bit's a jumpscare? Hm. Boah, echt ein gutes Spiel. Ja. Ja. Und jetzt, ehm, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Und, ehm, frohes neues Jahr. Das Video habe ich aus, ehm, Termingründen aufgenommen. Und, ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Frohes neues Jahr. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Also dann, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.